Kinderclub stellt vor! Jetzt genauer hin, was für ein Tier sitzt wohl drin? Alle Zweifel fallen weg! Es ist ein Huhn gut versteckt! Da fährt ein Huhn, da fährt ein Huhn! Ein Huhn, ein Huhn! Zähl mit 1, 2, 3 und 4! In dem Auto fährt ein Tier! Na, wer wird es? Ich schau hin! Wer sitzt jetzt wohl da drin? Ein Holzlastwagen rollt die Straße entlang. Die Baumstämme bringt er auf die Baustelle dann. Und die schwarzen Räder bringen ihn voran. Wer lenkt den Wagen? Guck mal, wer sitzt da? Schau mal jetzt genauer hin, was für ein Tier sitzt wohl drin? Die Stacheln stehen alle wild hervor. Ein kleiner Igel fährt ja dort. Ein Igel fährt! Ein Igel fährt! Ein Igel fährt! Zähl mit 1, 2, 3 und 4! In dem Auto fährt! In dem Auto fährt ein Tier! Taxi, guck mal, wer sitzt da! Taxi, guck mal, wer sitzt da! Schau mal jetzt genauer hin, was für ein Tier sitzt wohl drin? Und sein Rösel ist bekannt! Und sein Rösel ist bekannt! Fährt am Taxi ein Elefant! Ein Elefant! Ein Elefant! Ein Elefant! Zähl mit 1, 2, 3 und 4! In dem Auto fährt ein Tier! Na, wer würde sich auch hin? Wer sitzt jetzt wohl da drin? Da fährt ein Müllberg in Langsam, sammelt Müll und Staub und noch Schmutzmühlsam. Und die schwarzen Räder bringen ihn voran. Wer lenkt das Auto? Guck mal, wer sitzt da? Schau mal jetzt genauer hin, was für ein Tier sitzt wohl drin? Mit einem Panzer auf den Rücken! Eine Schildkröte wie entzückend! Eine Schildkröte, eine Schildkröte, Eine Schildkröte, zähl mit 1, 2, 3 und 4! In dem Auto fährt ein Tier! Na, wer würde sich auch hin? Wer sitzt jetzt wohl da drin? Ein blauer Tankwagen fährt zu nem Termin. Und Tankstellen versorgt er mit Benzin. Und die schwarzen Räder bringen ihn voran. Wer lenkt das Auto? Guck mal, wer sitzt da? Schau mal jetzt genauer hin, was für ein Tier sitzt wohl drin? Er hat wohl etwas auf der Stirn. Ein Nashorn, man schmelzt dahin. Das ist ein Nashorn, das ist ein Nashorn, das ist ein Nashorn! Zähl mit 1, 2, 3 und 4! In dem Auto fährt ein Tier! Na, wer würdest ich schau hin? Wer sitzt jetzt wohl da drin? Ein Traktor fährt und der Anhänger mit. Im Wagen sitzt ein Esel und das ist ja ein Bit. Und die schwarzen Räder bringen ihn voran. Wer lenkt den Traktor? Guck mal, wer sitzt da? Schau mal jetzt genauer hin, was für ein Tier sitzt wohl drin? Ein kleiner Hamster fährt nach rechts. Er lenkt den Traktor, es ist echt! Ein kleiner Hamster, ein kleiner Hamster, ein Hamster! Zähl mit 1, 2, 3 und 4! In dem Traktor fährt ein Tier! Na, wer würdest ich schau hin? Wer sitzt jetzt wohl da drin? Ein Bus fährt hier die Straße entlang. Dort sind Passagiere und man hört Gesang. Und die schwarzen Räder bringen ihn voran. Wer lenkt den Bus? Und guck mal, wer sitzt da? Schau mal jetzt genauer hin, was für ein Tier sitzt wohl drin? Die kleine Taube hält alle Auftrag. Passagiere lachen sich schlapp. Da fährt die Taube, die kleine Taube, die kleine Taube. Zähl mit 1, 2, 3 und 4! In dem Bus fährt ja ein Tier! Na, wer würdest ich schau hin? Wer sitzt jetzt wohl da drin? Ein blau-weißes Auto hat immer Arbeitszeit. Die Post hat dieses Auto für alle uns bereit. Und die schwarzen Räder bringen es voran. Wer lenkt das Auto? Guck mal, wer sitzt da? Schau mal jetzt genauer hin, was für ein Tier sitzt wohl drin? Eingekuschelt in das Feld sitzt das Schäfchen Mat Morsell. Da fährt das Schäfchen, da fährt das Schäfchen, das kleine Schäfchen. Zähl mit 1, 2, 3 und 4! In dem Auto fährt ein Tier. Na, wer würdest ich schau hin? Wer sitzt jetzt wohl da drin? Abonnier den KinderclubTV-Kanal und schau neue Zeichentrickfilme jeden Tag! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ... ... ... ...